Hier mit Chris Löwe, Trainingslager Tag 4. Geht los oder was? Du darfst alles machen, was du willst. So Mocke, Tag 4 im Trainingslager. Wie gefällt es dir? Wie ist die Stimmung? Wie ist der körperliche Zustand? Es gefällt mir hier ganz gut. Ich muss sagen, es erinnert mich ein bisschen an zu Hause und es ist natürlich anstrengend. Training ist intensiv. Heute war ein bisschen lockerer Auftakt. Das Wetter ist schön. Es ist rundum eine tolle Sache. Noch ein Wort bitte zu der Führung. Herr Sänger!